Wollt ihr auch nicht fahren? Ich oder du auch nicht? Nö. Da haben wir Schmerzen her. Fahr noch bald. Das ist heiß. Yeah! 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 Ja! Wow, das ist alles besser. Als Freakboard warf hier auf die Schwein. So stehen und alles. Hey! Die Schweife, ja? Ich höre schon! Wer gibt denn ab hier Gas? Ab hier gibt er Gas, ja. Und geht dann mit Vollgas da rein. Ja, gut, das ist ja kein Problem, dann oben. Du meinst ich demnächst schon Formel 1 wage. Wir fahren hier letztlich hoch und wenn du hier bist, kannst du Gas geben. Wie schnell warten wir? Der guckt ja nichts mehr auf den Dach hoch. Okay, die sind soweit. So, jetzt machen wir alle Platz. Weil die werden jetzt hier gleich... ...bindlich. Der Bahn geht zurück. Achtung, jetzt kommen sie. Aufgemacht! Das sieht so nix mehr aus als Dau. Das war schon brutal schnell. Was glaubst du hier nix mehr? Du bist so hart, Alter. Und du bist so hart? Nein. Dass auch schon da. Bis zum nächsten Mal.